Hallo und herzlich willkommen zurück bei CitySkylines 2. Ja, zuvor erst letzten Folge hier. Das sag ich schon mal vorweg. Also ich fall gleich mit der Tür ins Haus und werde gleich drauf eingehen, warum das erst einmal die letzte Folge sein wird. Ihr seht hier schon eine ganz andere Version von der Stadt, als ihr sie kennt. Guck mal hier unten schön. Landwirtschaft habe ich hier ganz, ganz schön gemacht. Leider hier ein großes Kundenproblem. Warum auch immer, verstehe ich nicht. Ja, warum die vorerst letzte Folge? Ich glaube, der ein oder andere konnte es ja in der letzten, ja, in den letzten Tagen schon erahnen. Warum, wieso, weshalb oder dass keine neuen Folgen oder dass das Let's Play irgendwie zum Ende kommt? Aus, ja, folgende Gründen. Ich gehe jetzt gleich drauf ein. Ähm, ja, äh, Grund hierfür ist eigentlich, dass ich, ja, die Lust so ein bisschen an dem Spiel verloren habe und, äh, gerade, ähm, in der letzten Zeit habe ich auch gemerkt, dass es, glaube ich, auch bei euch gar nicht mehr so gut ankommt, das Projekt. Ähm, weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr so gut ankommt. Das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Das könnt ihr mir nur beantworten. Aber, ähm, ja, warum seht ihr hier auch eine andere Version der Stadt? Äh, ich habe tatsächlich noch mal eine Aufnahme-Session gemacht von anderthalb Stunden. Also, das ist das Ergebnis von anderthalb Stunden. Das, was ihr beim letzten Mal gesehen habt, äh, hattet, ähm, war die alte Version und das ist die neue. Und ich habe hier ganz viel, ne, hier diese Straße gab es letztes Mal, glaube ich, noch nicht. Und auch, glaube ich, in dem Gebiet war ein bisschen was anders. Und auch das hier gab es ja nicht. Das habe ich alles neu gemacht. Und da oben auch ein neues Wohngebiet gemacht. Ähm, was aber alles leider nicht so wirklich was genutzt hat. Und, äh, ja, ich dann im Nachhinein aber festgestellt habe, und warum ich jetzt, äh, diese Aufnahme-Session gar nicht hochgeladen habe. Ja, ich habe beim... Oh, danke. Danke. Ein Haargeschauer. Sehr schön. Dankeschön. Toll. Ein Haargeschauer. Ernsthaft? Ähm, ja, ich habe dann eben die Aufnahme-Session gemacht. Und beim Angucken im Nachhinein habe ich dann gemerkt, oh, ja, toll. Deine Stimme ist... Also, ich lasse ja immer hier diese Musik nebenher dudeln. Ähm, und bei dieser Aufnahme war es dann so, dass die, ähm, dass die, äh, Musik viel lauter war als meine Stimme. Das, äh, war dann auch richtig toll, ne? Das, ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, ob das irgendwer sich angeschaut hat. Eine ganz alte Minecraft-Folge von mir. Da war das ebenfalls mal der Fall. Da habe ich nämlich auch zwei Folgen gehabt, wo ich, äh, wo die Musik einfach zehnmal lauter war als ich. Und, äh, ja, das war dann halt das Problem bei der ganzen Aufnahme-Session, äh, letztes Mal jetzt. Und das, äh, hat mir so ein bisschen dann auch so... Dann habe ich mir das angeschaut und gesagt, scheiße, so kannst du das ja nicht raushauen, ne? Ähm, geht ja gar nicht. Ähm, und dann habe ich so überlegt, ja, machst du jetzt nochmal eine neue Aufnahme-Session, weil den alten Spielstand habe ich ja noch. Ähm, also ich könnte locker locker von dem alten Spielstand wieder nochmal, äh, loslegen und, äh, müsste dann das hier aber neu machen und, äh, ja, so die Vergrößerung oder ich lasse halt natürlich den Spielstand so. Ähm, habe dann aber irgendwie so gemerkt, ja, jetzt, äh, irgendwie ist die Luft so ein bisschen raus aktuell und habe mir dann auch so ein bisschen die Bewertung angeguckt. Es gab ja auch Dislikes bei den, ähm, City Skylines-Folgen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht. Und, ja, ich weiß, ich weiß nicht irgendwie, ist das aktuell so? Die Lust ist nicht mehr so richtig da und dann siehst du hier sowas, äh, irgendwie angeblich keine Kunden, nicht genügend Kunden. Was ist da? Da sind Leute, da sind Leute, da sind Leute. Also ich verstehe nicht, warum die hier keine Kunden haben, weil die müssen ja nur ein bisschen fahren. Ähm, ich weiß es nicht, ne? Ähm, ich, und ich habe keine Lust jetzt nochmal eine Stadt vor die Wand zu fahren, äh, da habe ich, da stehe ich halt einfach nicht drauf und nochmal wieder eine neue Stadt anfangen, habe ich auch keinen Bock zu. Ähm, und deshalb habe ich dann jetzt einfach erstmal entschieden, das ist nicht unser, äh, unser letzter Auftritt hier, ähm, hier übrigens auch unser schönes, äh, Solarkraftwerk, auch richtig schön. Ähm, was allerdings nur ein kleines Problem hat, weil es nicht, äh, wobei jetzt geht es eigentlich. Okay, film ich das letzte Bild doch weiter, nein. Ähm, ich möchte das Ganze erstmal hier an der Stelle beenden, ähm, und ihr habt es ja auch schon im Folgentitel immer gesehen, es gibt, äh, ja, es ist die Staffel 1, ne? Also es ist Staffel 1 von City Skylines, es wird irgendwann dann weitergehen mit einer komplett neuen Stadt, mit komplett, äh, allem neu. Das heißt, das hier ist eigentlich unsere, äh, richtige Staffel 1 Stadt. Ähm, es gibt ja noch eine andere, äh, Stadt, die andere, die wir vor die Wand gefahren haben, ne? Ähm, Finistan. Und, äh, das ist aber unsere richtige Staffel 1 Stadt, die möchte ich aber jetzt auch erstmal dann begraben. Ich verstehe auch nicht, warum hier, hier wurden Verbrechen begangen. Ja, hier ist doch eine Polizeistation und hier, hier ist doch eine Polizeistation. Ähm, ist auch so ein Problem, was ich nicht verstehe. Verschmutzte Luft, ja, gut. Ne, den Fehler haben wir ja auch schon gemacht und ich möchte, äh, ja, wenn ich wieder mit, äh, City Skylines irgendwann anfange, also dann in Staffel 2, sag ich jetzt mal, dann möchte ich das Ganze auch wirklich ein bisschen logischer angehen und vielleicht werde ich mir vorher auch, äh, werde ich mich da vorher noch mal ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Ähm, damit ich dann beim nächsten Mal vielleicht eine erfolgreichere Stadt, äh, bauen kann. Denn wir haben ja hier nicht mal die City Skylines, also wir haben hier nicht mal die Skylines in der Stadt, ne? Wir haben ja, wir haben ja nicht mal, äh, es geschafft, bis zu den Skylines zu kommen. Ja, hier sowas ist dann auch jedes Mal, äh, toll, ne? Die Billig, Billig-Mietwohnungen haben zu hohe Mieten. Was erwarten denn die Leute, ne? Durchschnittliches Vermögen reich. Denen ist die Miete zu hoch in der Billig-Mietwohnung und die Leute sind reich, was das, das, äh, ja, ist vielleicht auch einfach ein, äh, Fehler vom Spiel, das weiß ich jetzt nicht, ne? Ähm, ich, ich will das Spiel jetzt auch nicht zerreißen in der Luft, wie, 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 wie das, äh, leider viele schon gemacht haben. Ich hab da vieles gelesen, wo ich denke, okay, ja, gut, das Spiel ist jetzt nicht so geil, wie es, äh, angekündigt wurde, okay, aber, ähm, ich glaube, dass die Entwickler sich dessen inzwischen auch bewusst sind und auch vieles, äh, tun dafür, dass das eben, äh, verbessert wird, ähm, weshalb ich sagen muss, dass ich das jetzt gerade nicht so verstehen kann, aber okay. Ähm, soll uns auch gar nicht, soll jetzt auch gar nicht das Thema dieses Videos sein, es soll hier gerade eigentlich darum gehen, dass ich das Let's Play zu einem Ende führe, gerade mit dieser Folge, ähm, und ich hoffe, ihr könnt mich da auch verstehen und ich hoffe, ihr seid da jetzt nicht mad, für die Leute, die das Let's Play vielleicht gerne geschaut haben, ähm, es wird irgendwann wieder City Skylines geben, nur aktuell ist für mich einfach so der Punkt, wo ich einfach auch die Lust verloren hab und es bringt ja nichts, ein Projekt weiterzuführen, wenn man da gar keine Lust mehr drauf hat, ähm, ich werde mal sehen, was jetzt als nächstes ansteht, was ich als nächstes für ein Projekt machen werde, mal schauen, also ich würde gerne wieder einen Simulator spielen oder irgendein, äh, Aufbauspiel, ähm, da gibt's ja genügend und bestimmt auch genügend, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind und, ja, für euch auf jeden Fall schon mal die Info, es wird nicht die letzte Reise, äh, in City Skylines gewesen sein. Staffel 2 wird kommen, natürlich jetzt erstmal nicht direkt, äh, in den kommenden Monaten wird, glaube ich, erstmal keine Staffel 2 kommen, das kann ich schon mal, äh, versprechen, weil das macht ja gar keinen Sinn. Ich werde mich dann jetzt einfach privat auch ein bisschen, äh, mit dem Spiel vielleicht dann auch beschäftigen, wenn ich die Zeit dafür finde und dann, ähm, mit, ja, vielleicht mehr Wissen einfach wieder, was ist denn da los, Mangel an Arbeitskräften mit hoher Qualifikation. Okay. Hm. Ja, da hätten wir wahrscheinlich eine, äh, äh, weiterführende Schule bauen müssen, mach ich jetzt nicht mehr, weil das lohnt sich ja einfach nicht mehr. Wir verabschieden uns hier von dieser Stadt hier, richtig schön gebaut, ne? richtig schön, ach ja, ja, ich sag mal, auch an der Stelle, natürlich war es wieder ein sehr schönes Spiel, ein sehr schönes Projekt, ähm, und, ja, für euch einfach nur die Info, das Spiel hier ist jetzt erstmal Geschichte, ich find das hier ganz schön, dass hier, äh, unter der Straße gar kein Berg mehr ist, vielleicht werde ich beim nächsten Mal auch, äh, also sowas würde ich gerne nochmal bauen, das ist, äh, ganz schön, hier so eine kleine Fußgängerzone, soll es auf jeden Fall wieder geben, hier läuft leider auch gar keiner lang, ne, oder? Ich hoffe, dass sie das noch irgendwann bearbeiten, oh, guck mal, es sind ja doch Leute im Park. Okay, das haben sie, glaube ich, schon mal ein bisschen bearbeitet, guck mal, da liegt einer auf der Wiese tot, Emma Hoffmann mit ihrem Hund Apollo, wem gehört der? Ne, es gehört der Familie Frank, wo ist denn die Familie Frank? David Schulze, Jeremias Mooshammer und Emma Andersen, ganz viele Emmas hier, Laura Friedrich, so, wo ist Familie Frank? Sag mal, Familie Frank lässt einfach ihren Hund hier allein im Park. Balthasar, Familie Andersen, okay, guck mal, die ist nicht alleine. Okay. Ja, das, das fand ich eigentlich immer hier ganz schön, also das muss ich wirklich sagen, das, äh, haben sie gut hingekriegt. Animationstechnisch könnte hier vielleicht noch mehr passieren, vielleicht liegt es auch an meinem PC, das kann auch sein, weiß ich nicht. Aber ich mag das hier zum Beispiel, also das ist, äh, tatsächlich so eine Allee, wo ich gerne, hab ich mir noch nie aus der Nähe angeguckt, guck mal hier. Hier, so eine kleine Einkaufsmeile. Das da hinten sieht jetzt nicht so geil aus, aber naja. Ist doch einfach schön, oder? Joa. Ja, gut, ähm, ich will das Video jetzt auch gar nicht so weit in die Länge, äh, treiben, weil, macht auch wenig Sinn, weil ich hier grad nichts Neues baue oder so, ähm, und auch nichts bauen werde, weil, ja, der Spielstand sowieso, guck mal, da steht jemand auf dem Behindertenparkplatz. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Also, ich war ja super motiviert, als ich diese neue Stadt hier angefangen hab, und, äh, bereue es auch nicht, also, aber ich glaube, man hat in den letzten Folgen vielleicht auch gemerkt, dass die Lust nicht mehr ganz so da war, ne, also, und ich sag mal, so 30 Folgen oder 31, wenn man das jetzt hier als Folge zählen kann, weiß ich nicht, ob man das kann, ähm, ja, das ist, äh, denke ich, ganz in Ordnung, kann man mit leben, ne? Wann jetzt, äh, ein neues Projekt kommen wird, kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen, es wird auf jeden Fall wieder was kommen, und, äh, die laufen aber langsam, die Leute, oder? Also, wenn ich so durch die Stadt laufen würde, ne, würde ich ja nie, würde ich ja nie an den Ort kommen, wo ich hin will. Ähm, vielleicht kann ich das hier gleich in Cities, wisst ihr was, ich sag das jetzt gleich mal hier in Cities Skylines, ähm, in dem Video. Ähm, und zwar kann ich bald auch die, habe ich bald die Möglichkeit auch über die Konsolenspiele zu verfügen hier, also, auch Aufnahmen von Konsolenspielen zu machen, und, ähm, dann wird es vielleicht auch andere Projekte auch so in Richtung, äh, Switch oder, äh, Playstation geben, weil die besitze ich, äh, Xbox besitze ich nicht. Ähm, deswegen, äh, freut euch auf jeden Fall auch auf solche Projekte, vielleicht auch mal so kleinere Projekte, wo man gar nicht so eine Story durchspielt oder so, ähm, wobei das ja hier bei Cities Skylines auch der Fall ist, denn ich habe mir eine Capture-Card bestellt und kann das bald hier machen, ich freue mich schon drauf und freue mich, wenn die hier ankommt, hä, ja, ähm, Cities Skylines ist damit erstmal Geschichte, aber seid nicht mad, es wird wieder irgendwann Cities Skylines kommen. Ähm, oh, ist das die Emma Andersen, die da mit ihrem Hund herläuft? Ähm, weiß ich nicht, ist ja jetzt egal, die Emma Andersen läuft wahrscheinlich nach Hause. Ist das die Emma Andersen? Das interessiert mich jetzt doch. Ja, Emma Andersen mit ihrem Waltersar, auch schön. Wir haben am Ende des Let's Plays noch die Emma mit ihrem Waltersar kennengelernt, auch schön. Postauto. Ach, irgendwie ist das ja schon irgendwie... Also die Leute haben, ich habe ja in den Rezessionen auch gelesen, öh, die Parks und alles ist überhaupt nicht belebt. Also ich finde schon, dass das hier für die Größe unserer Stadt, es laufen ja hier Menschen lang. Ne, Familie Schulze hier, Konrad, Schäfer, alle dabei. Ja, was gibt es am Ende jetzt zum Abschluss noch zu sagen? Es hat mir natürlich wirklich auch viel Spaß gemacht, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber wenn ich da hinten halt das sehe, dann denke ich mir so, okay, was soll der Scheiß schon wieder? Ich glaube, ich habe da deutlich wieder einiges falsch gemacht bei dieser Stadt. Ähm, vielleicht hätte ich, vielleicht hätten wir doch am Anfang mit, äh, äh, Tutorial spielen sollen und nicht ohne, ne? Vielleicht hätten wir uns am Anfang doch ein bisschen an der Hand nehmen lassen sollen. Gerade so, weil das Spiel natürlich schon deutlich komplexer ist als, äh, City Skylines 1 damals. Ähm, sie haben wirklich viel, viel, viel mit reingepackt. Grafisch, ich muss nicht sagen, bin ich auch nicht unbedingt so 100% zufrieden. Alter, er fährt da voll gegen. Er ist voll gegen die Laterne gefahren, erzähl mir doch keinen. Also wenn ich so eine Kur, äh, wenn ich so eine Lenkung hinlegen würde, du, das wäre ein Traum. Also, ja, auf jeden Fall, ähm, es gab ein paar, es gibt ein paar Mängel bei dem Spiel. Ich denke aber, das wird sich in den nächsten Monaten auch nochmal zeigen, da wird, die werden das ausbessern. Und ich werde das Spiel wahrscheinlich privat auch noch ein bisschen spielen. Und, äh, wenn ich dann irgendwann denke, okay, jetzt kann man mal wieder ein Let's Play raushauen, dann werde ich das Ganze auch tun. Also es wird auf jeden Fall eine Staffel 2 geben. Wann kann ich jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen. Es kommt auf jeden Fall. Und, ähm, ne? Es wird auch weitere Projekte geben, ähm, und die anderen Projekte laufen ja auch noch, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt gar keine Videos mehr hier kommen, sondern es laufen ja noch Projekte hier auf dem Kanal. Ähm, tatsächlich muss ich aber hier schon spoilern. Heute Abend kommt noch ein Video zu einem anderen Projekt, was leider auch nicht weitergeht. Ja, nicht ganz so freiwillig. Ähm, da habe ich gerade das Video zu aufgenommen, weil mir das gerade erst passiert ist. Ähm, welches Projekt das ist, verrate ich aber noch nicht. Ne, ähm, ich sage einfach mal, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, beim nächsten Spiel wieder. Ich bedanke mich natürlich hier, ähm, für die Leute, die das Spiel hier, äh, das Let's Play hier verfolgt haben, fürs Zuschauen. Und, ähm, ja, ich denke, das Video wird hier keinen Daumen nach oben bekommen, weil es einfach, äh, ja, nicht... Ja, es ist natürlich auch wieder nicht so schön, weiß ich nicht. Breche, ich sage mal so, das ist ja kein Abbruch des Projektes, weil City Skylines ist ein Endlosspiel. Du kannst das abbrechen, wann, oder beenden, wann du willst. Und für mich ist das Ende jetzt an der Stelle gekommen. Es war für die Einführung des Spiels jetzt eigentlich genug. Ich hätte gerne noch die, ähm, ähm, die, äh, Sky, äh, äh, die, die Wolkenkratzer halt, äh, gesehen. Aber, ähm, das werde ich da wahrscheinlich jetzt privat machen. Und, äh, aber irgendwann werden wir sie auch... In Staffel 2 wird das richtig losgehen. Also, ich sage euch da schon mal vorweg, Staffel 2 wird super, wenn ich das Spiel dann irgendwann wieder spiele. Aber, auf YouTube wird es jetzt erstmal kein neues City Skylines Video geben. Bis auf das hier und danach nicht mehr. Ähm, ich werde mal schauen, was ich jetzt für ein neues Projekt, äh, äh, ausgraben werde. Ob es jetzt wieder ein, äh, Simulator wird. Oder vielleicht, äh, packe ich mir auch, äh, Sonic Adventure 2 jetzt aus. Weil, das, äh, steht ja eigentlich auch noch, äh, in den, äh, ist ja auch noch auf der Agenda. Ne? Sollte ja auch noch kommen. Mal sehen. Wir werden sehen, was kommt. Und, ja, ich hoffe einfach, ihr seid nicht zu mad. Und erschlagt mich jetzt nicht, ne? Rennt mir mit Mistgabeln daher. Äh, äh, abendet und let's play. Ähm, oh, guck mal, da hinten ist, äh, ein, ein Laden hat sich wieder erholt von diesen, von der Kundenknappheit. Ähm, ja. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Projekt und, äh, tschüss.